Und Snoot hat sich dann durchgesetzt gegen Lowly und somit hat sich Snoot, Darkforce, Sys, 4GG und Slifgoo durchgesetzt. Vier Zergs, ein Terror. Ohne Scheiß. Fuck, viele Zergs. Die IM Qualifiers, also Stage 1, 2, 3. Was ist denn mit deinem Gelande los? 1, 2, ja. Ohne Scherz. Alter, du liest wie ein Mailmeister. Hat das Ex oder Stampe dich zerstört? Ex oder Stampe war dein Ende, oder? Okay, egal ob die Regie lascht oder... Egal, warte, stopp, stopp, halt, stopp. Egal ob die Regie lascht. Also jetzt ist es echt hart, oder? Okay, erstmal. Egal ob die Regie lascht, was ist denn mit dir los? Also ich behaupte mal, mich kann man noch verstehen. Was machst du denn da, Olli? Sag mal, Olli, was ist denn mit dir los? Ich schmeiße dir einen GG-Button ins Gesicht. Die hat Angst, du hast gesehen. Gut genannt. Willst du uns spazieren? Ja, jetzt aber wirklich. Da sind wir dabei. Das ist prima. Prima Colonia. Soll ich mal ein Tundur gegen die Community spielen? Einemann. Okay.